Batterie! Achtung! Herr Kommandant, Schiessen beendet! Raum für dich! Batterie, Raum! Ich wusste es, ihr könnt schiessen ohne mich! Vielleicht kann ich in Zukunft auch nicht, wo ich euch schiessen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin froh und dankbar dafür, dass ich nicht der erste Kommandant der Bruderschaft der Herdolskanonie Luzern bin und nicht mehr schiessen. Ihr seht, wie es hier aussieht. Da müssen wir in Zukunft wahrscheinlich die ein oder andere Massnahmen greifen, dass wir wieder so auftreten können, wie wir uns das gewohnt sind. Das ist ein Tor! Obergerät! Kamera! Acht! Kommen Sie bitte mit! Ich gehe vor das unheilige Herz und ihr schaut runter in die Stadt! Hallo! Wo wollen Sie hören? Können Sie hören? Und ich möchte euch jetzt einladen in ein ganz schlichtes kurzes Gebet, das ich für euch einmal mitgenommen habe vom Andreas Knappe, super Theolog, der mir sehr, sehr viel aus dem Herz redet. Von Leichnam, wir sind alle an dem Tag immer wieder mit der Herdolskanonie auf dem Weg gewesen und da schrieb er, der Tisch gastfreundlich in die Strassen verlängert, Vorfahrt für Blumenblätter, Folge der Blütenspur, die der Himmel nach sich zieht, Demonstanz des Göttlichen. Das Brot zum Anschauen, Konsumieren allein macht nicht satt, nur der Anblick einer Liebe.